Ein herzliches Mal moin wünsche ich euch. Heute bin ich mal wieder mit meiner kleinen Leila unterwegs. Mal gucken, ob ich sie für euch eingefangen kriege. Da ist sie ja schon, die kleine Leila. Ich möchte heute gerne über das Thema reden, wie bringe ich es bei meinem Hund alleine zu Hause zu bleiben. Es gibt natürlich unzählige Ansätze, Methoden, Anleitungen. Ich möchte allerdings gerne von aus meiner Sicht erzählen, wie ich es meiner kleinen Leila beigebracht habe, zu Hause zu bleiben, alleine. Und zwar habe ich es so gemacht, ich habe sie richtig ausgepowert. Das heißt, mit langen Spaziergängen, mit einer Spielstunde, Tricks beibringen. Also so, dass sie richtig kaputt war und nahezu am Einschlafen war. Und dann bin ich zwei, drei Minuten rausgegangen, die Tür hinter mir zugemacht und bin dann wieder reingekommen und habe in den Raum rumgewurschtelt, habe sie überhaupt gar nicht beachtet und bin wieder rausgegangen. Das habe ich so zwei, drei Mal gemacht. Bitte tut mir einen Gefallen, verabschiedet euch nicht und begrüßt sie nicht überschwinglich oder gebt ihr einem Lob, dass sie allein gelassen worden ist, weil sie soll das ja später als normal empfinden, dass sie auch mal eine Zeit alleine sein kann. Die zwei, drei Minuten, die habe ich Tag für Tag immer ein bisschen verlängert. Mal auf zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde und so ab einer halben Stunde habe ich dann so fünf bis zehn Minuten vorher ihr so einen kleinen Kauartikel, Kauknochen einfach hingelegt, sodass sie erstmal eine Beschäftigung hatte und nicht verknüpft hat, dass ich rausgehe und dann ihr das hinlege. Und somit habe ich ihr beigebracht, dass sie so ein paar Stunden jetzt alleine sein kann. Ich verhindere das meistens, weil ich die Möglichkeit habe, zu meiner Schwester hinzufahren sie abzugeben oder meiner Mutter sie abzugeben. Aber sie hat es jetzt gelernt, dass sie zwei, drei Stunden auch mal alleine sein kann. So einfach geht es nicht immer, das weiß ich. Es gibt auch Hunde, die wirklich in speziellen Fällen sind, Fälle sind. So Hunde, die Verlustangst haben oder Straßenhunde, die nie wirklich alleine gewesen sind und immer auf ihre Sicherheit bedacht waren. Da möchte ich euch gerne ans Herz legen, dass ihr euch gleich von Anfang an professionelle Hilfe holt in Form einer kompetenten Hundeschule. Denn wenn ihr das alleine versucht, dann könnt ihr oftmals viel mehr Schaden anrichten, als vorher schon war. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch oder ein kleines Hörtchen. Das würde mich echt freuen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr euren Hunden das beigebracht habt, dass sie jetzt alleine bleiben können. Oder was ihr schon alles versucht habt und dass es nicht funktioniert hat. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag und wunderschöne Spaziergänge. Bis dahin, ciao, ciao, Katrin. Bis dahin. Bis dahin, ciao.